Da sind wir wieder, nachdem wir in der letzten Folge ja relativ knapp, denke ich mal, gescheitert sind, hier in dieser Einsammel-Mission versuchen wir es doch gleich nochmal, aber da wir diesen Typen ja umliegen müssen, besorge ich mir jetzt lieber vorher noch eine Waffe. Wieso haben wir eigentlich die Schutzweste verloren? War das noch beim Triadengebiet oder was? Und zwar das Auto, die täuscht haben. Na gut, weiß ich nicht. Wird schon stimmen. So, und wo ist jetzt? Entweder rum wird es jetzt das schicke Maschinengewehr. Die UC hätte ich eigentlich auch wieder gerne. Are you kidding me? Ich glaube, die UC müsste hier gleich sein, oder? Das sieht so komisch aus auf der Karte. Ja, die müsste. Ein zweiter. Oh, die Karschmierer. Fast im Eimer, wovon denn bitte, ey? Ah, das war die Schrott. Woher haben wir eine Schrottflinte? Woher haben wir auch einmal eine Schrottflinte? Oder gibt's die automatisch? Mit dem Auto dazu? Zuuu. Da ist nichts weiter. Lalalala. Halt, stopp. Sorry. Halt, komm aus meinem Auto! Oh. Oh. Nochmal jetzt die Telefonmission. Achso, das ist wieder das Krankenhaus. Ich bin schon erwundert, was das so für ein Gebäude ist. Das war alles. Das war vollkommen. Ich bin schon erwähnt. Ich bin schon erwähnt. Das war alles. Dann geht's auch mal der... Ich werde euch gleich umsimmeln müssen. Ich habe jetzt letztlich die komischen Kuren da in den Merkwobe. Oh, Scheiße! Schon verkackt. Ja, ja. Und ich bin SLP. So, jetzt nach links. Oh, Mann. Durch den Ehenfehler haben wir, glaube ich, schon wieder genau so wenig Sekunden wie im Versuch 1. Na? Beruhig dich! Nein! Scheiße! Aber jetzt schon das, dem ich tun will. Weck mich! Ja, ja da noch nicht. Ich gehe jetzt mal, wir gehen. Oh kacka Oh, das hört mir ganz knappe Sache. Okay, dann denken, links abbiegen. Links, 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 links. Links, 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 links. Und des Gepots, mit Schwerpunkt! So, der Stern ist weg. Wirds dann bloß die Karre nicht in einmal gehen? Also ordentlich, Junge. Was ist denn? Ach, die holen sich das Magazin ab. Ah, Mission erfüllt für 20.000 Dollar und ich sollte mir auf jeden Fall eine andere Karne holen, wie ich das vielleicht abgeknallt werden. So, die Telefonmissionen sind vorbei, so wie es aussieht. Dann fahren wir doch mal zum J. Oder in Richtung J. Ich würde gerne nochmal beim Hafen gucken, ob die verschiedenen Autos dort noch ein Geheimnis verwerben. Sorry, gibt es hier eigentlich irgendwas? Das scheint irgendwie die Taxi-Zentrale zu sein. Außer ein Taxi gibt es hier nicht. Ich frage mich immer noch, wird sie mal in die Pillen liegen. Und nehmen sollen. Das ist doch irgendwie gar kein Vorteil. Da bringen die drei Arnest. Nichts passiert. Hier auch nicht. Die nächste Karre. Da haben wir auch noch einen. Mhm. Hier. Gibt es doch gar nicht. Warum laufen hier eigentlich so viele Mücken rum? Uh, was ist denn das? Jetzt ist jemand ausgestiegen. Nicht dass wir hier einen Bullen am Arsch haben. Das ist doch so eine Garage, wo man verschiedene Autos abgeben kann, ne? Mr. Whoopi, Pony, Rambo, Bass, Dodo, ein Dodo. Das war irgendwie, glaube ich, das Flugzeug. Ich weiß gar nicht, wie wir das hier herbekommen sollen. Ach du Gott, ich kenne doch die ganzen Autosorten gar nicht. Ein Yankee, wird er gesucht? Ja, der wird gesucht. Dann fahren wir mal hier in der Ecke. Mal gucken. Auf dich jetzt verlässt, wenn du alle auf der Liste stehen, abgeliefert hast, kriegst du einen Bonus. Boah, das ist doch schon wieder eigentlich. Was wäre, ich sollte mir das vielleicht mal nach Folgenpause abschreiben, die Liste. Dann brauchen wir nicht immer gucken, hierher fahren und gucken, ob das jetzt so richtiges Auto ist oder nicht. Jetzt weiß ich... Jetzt habe ich mir gar nichts gemerkt, außer den Eiswagen, den wüsste ich jetzt. Perenäreal, keine Ahnung, ob der mit dabei war. Kuruma? Daran kann ich mich überhaupt nicht erinnern, dass hier so ein Ding war. Okay, kein Interesse. Nee, die Karren brauchen wir überhaupt nicht. Ich hätte jetzt gerne einen Eiswagen. Nee. War der mit dabei? Oh, nee. Ein Line Runner. Ich glaube zwar nicht, dass der mit dabei war. Aber testen können wir uns ja mal. Oh, doch! Ich glaube, wir kriegen 1000 dazu. So, den haben wir auch. Wir kriegen Trashmaster Patriot. Patriot könnte ich mir vielleicht noch... Wir hatten einen Bus. Ein Bus sollten wir doch kriegen. Dann holen wir uns hier schnell noch ein O-Tunnel. Ich fahr nochmal schnell zu der Liste. Schreib mir die dann in der Folgenpause gleich ab. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Spitze. Ich bedanke mich. Bis dann. Ja. Ich bin so glücklich. Entschuldigung. Du musst in der Sendung.